Bei uns geht es jetzt um das Thema Luftqualität, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, denn Luft atmen wir ja alle ein und diese Luft sollte dementsprechend natürlich auch sauber sein und die ist gar nicht so sauber, wie Experten jetzt hier festgestellt haben. Wir zeigen Ihnen mal einen Artikel, dass die Luft draußen besser ist als drinnen. Das ist eine Regel, die viele Experten hier als Faustregel gilt. Oft ist sie aber drinnen merklich und messbar schlechter als draußen. Laut EU-Kommissionen kostet schlechte Luft in Gebäuden der EU-Bürger schätzungsweise mehr als zwei Millionen gesunde Lebensjahre. Das klingt natürlich erschreckend. Wir wollen Ihnen jetzt aber nicht viel Angst machen. Wir wollen Sie an die Hand nehmen, wie Sie drinnen die Lebensqualität, die Luft verbessern. Und das machen kleine Geräte, die du uns mitgebracht hast. Ja, das ist so ein kleiner Aufpasser für Sie, der so ein bisschen auf Ihre Luft achtet. Weil vielleicht hatten Sie schon mal selber das Gefühl, seitdem ich zum Beispiel das neue Bett habe mit den neuen Matratzen, schlafe ich schlechter und es geht mir schlechter. Manchmal hat man so ein Gefühl, das kennen Sie bestimmt auch. Oder man ist vielleicht in eine andere Wohnung gezogen oder vielleicht auch am Arbeitsplatz, dass man dann sagt, es geht mir irgendwie nicht so gut, wenn ich da bin. Man kann schwerer atmen, man fühlt sich so matt. Testen Sie doch einfach mal die Luftqualität. Mit diesem Gerät kann man die Luftqualität testen und man kann dann auch vorsorglich schon mal schauen, woher kommt das vielleicht. Denn hier werden drei Messergebnisse angezeigt durch das Gerät. Wir haben einmal dieses HCHO, das sind Formaldehütte. Und Formaldehütte, das ist etwas, das kommt sehr, sehr häufig vor. Man muss aber aufpassen, dass dieses Maß an Formaldehütte keinen Überhand nimmt. Zum Beispiel Farben, Lacke, Klebstoffe oder Baumaterialien, Möbel. Da ist überall oft Formaldehüt drin. Und da sollte man darauf achten, dass man halt da auf Stoffe zurückgreift, auf Substanzen, die kein Formaldehüt haben. Dann haben wir hier den Messwert für Feinstaub. Das kann zum Beispiel Autoabgase, Kamin oder sowas sein, wenn Sie an einer Straße wohnen. Und hier unten der dritte Messwert TVOC. Das ist der Messwert für flüchtige organische Verbindungen. Auch der ist ganz wichtig, dass der quasi nicht existent ist oder nur gering existent ist. Weil der kann auch, also könnte auch, dann gesundheitliche Folgen haben. Deshalb müssen Sie ein bisschen darauf achten. Und falls Sie da auch wirklich so ein Gespür für haben, wenn Sie sagen, es kann sein. Und da sehen wir mal so eine Tabelle. Hier, das ist hier TVOC, also die flüchtigen organischen Verbindungen. Wenn die leicht erhöht ist, dann kann es schon zu Beeinträchtigungen des Wohlbefindens kommen, Reizungen. Wenn der dann noch mehr erhöht ist, dann kann es zu stoffigste Wirkung mit anderen Expansionsparametern geben und kann das Wohlbefinden schon stärker beeinflussen. Das kennen Sie vielleicht auch, Kopfschmerzen oder dass man matt sich fühlt oder sowas. Deshalb muss man da wirklich so ein bisschen drauf achten. Und oft weiß man wirklich gar nicht, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und vielleicht haben Sie das auch in der Presse verfolgt. Eine große Diskussion war auch zum Beispiel bei Kinderspielzeugen, dass man bei Plastik, dass das dann ausdünstet. Wir sagen das immer so gerne im allgemeinen Sprachgebrauch, das dünstet noch aus, aber es sollte nicht ausdünsten. Gerade zum Beispiel bei Kinderspielzeug, bei Möbeln, bei Matratzen, bei Farben und Lacken. Deshalb bitte achten Sie da drauf. Und das Gerät misst das sehr genau. Und wenn das dann auch überhöhte Werte sind, dann gibt das Gerät auch direkt ein akustisches Signal aus. Das ist eben was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt für 56,44 Euro. Das ist natürlich ein Wahnsinnspreis. Jetzt zugreifen für Sie, für zu Hause. Der Dirk aus Jesberg hat bereits zugegriffen. Er schreibt, ich benutze das Teil zur Feinstaubmessung im Bereich meiner Holzvergaserheizung. Wenn man für die Beschichtung der Heizung kein Abgasgebläse für Qualm hat, wird man sich wundern, wie viel Feinstaub in der Luft ist und entsprechende Maßnahmen dann auch ergreifen muss und kann. Und aber das erst mal zu wissen, dafür sorgt natürlich dieses Feinstaubmessgerät. Es ist super einfach zu bedienen. Jetzt für 56,44 Euro. Seien Sie da schnell. Endlich hat man auch mal Anhaltspunkte, wo man vorher das gar nicht wusste. Die Bestellnummer ist die NX1442 und die 569. Gehen Sie da ganz schnell in die Leitung. Hier für die saubere und frische Luftqualität.